Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns im Schnelldurchlauf 27 Dinge an, die sich mit Wrath of the Lich King ändern werden. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns doch direkt einen Daumen nach oben nach. Viel Spaß! Mit Nordend erwartet ihr euch ein neuer Kontinent samt fliegender Hauptstadt Dalaran, welche vom Alterac-Gebirge in den Kristallsangwald umgezogen ist. Es gibt insgesamt 10 neue Gebiete mit unterschiedlicher Flora und Fauna. Eine der größten Neuigkeiten ist hier, dass es zwei verschiedene Startzonen gibt. Die Boreanische Tundra, welche von der Allianz via Schiff aus Stormwind und der Horde via Zeppelin vor Ogrimma erreicht werden kann. Sowie der Hollende Fjord, der von der Horde mit dem Zeppelin vor Undercity oder der Allianz via Schiff aus dem Hafen von Menethil im Sumpfland erreichbar ist. Habt ihr in The Burning Crusade und Classic noch ein Quest-Addom benötigt, so wurde dieses in einem der späteren Patches in das Karteninterface integriert. Wie ihr auch schon im Hintergrund sehen könnt, ermöglicht euch dieses eine ähnliche Funktion wie auch das bekannte Questi. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch via Knopfdruck deaktivieren. Die Karte kann zudem mit einem weiteren Klick ganz einfach verkleinert und transparent geschalten werden. Eure Reit- und Haustiere nehmen keinen Platz mehr in der Tasche weg. Diese können ganz einfach gelernt und anschließend auf die Skill-Leiste gezogen werden. Um eure Mounds zu bestaunen und auszuwählen, drückt ihr einfach im Standardinterface die Taste C und wählt den Reiterbegleiter aus. Hier findet ihr alle eure Mounds. In Wrath of the Lich King sind jegliche Klassen im PvE vor allem am Anfang extrem gut ausbalanciert. Ganz nach dem Motto Bring the Player, not the Class bzw. rückt den Spieler in den Vordergrund und nicht die Klasse, welche er spielt. Die Klassen in Wrath of the Lich King fühlen sich deutlich ausgeglichener an als noch in The Burning Crusade, da sich viele Fähigkeiten und Talente überschneiden oder sogar anstatt nur die Gruppe den kompletten Raid verstärken. Dadurch reicht in den meisten Fällen eine Klasse pro Raid, um jegliche Verstärkungszauber abzudecken. Das beste Beispiel ist hier der Schamane mit Kampfrausch bzw. Heldentum. Anstatt nur die eigene Gruppe bufft dieser nun den kompletten Raid und hat nur noch 5 Minuten Cooldown. Dadurch benötigen wir nicht mehr mindestens 4-5 Schamanen pro Schlachtzug. Allerdings bekommt ihr einen Debuff, sodass ihr diesen nicht direkt nochmal verwenden könnt. Die raidweiten Buffs gelten zudem auch für die meisten Totems, die Aura vom Paladin bzw. vom Gleichgewichts-Droiden und sämtliche Buffs wie z.B. Ausdauer, Wille, Intelligenz etc. Außerdem bekommen die meisten Klassen einen Flächenschadenszauber, sodass man hierfür nicht vor allem Hexer und Mager benötigt. Aber keine Angst, so gut wie jede Klasse bringt trotzdem noch ihre besonderen, einzigartigen Fähigkeiten bzw. Talente mit. Außerdem wurde das Downranken abgeschafft. Es gibt zwar noch die alten Ränge im Zauberbuch, allerdings kostet jeder Rang dieselbe Menge an Mana. Ihr könnt eure Berufe nun bis 450 skillen. Jeder Beruf hat in Wrath of the Lich King einen kleinen Vorteil, wie z.B. die Ringverzauberung oder die stärkeren Gems aus der Burning Crusade. Sogar die Sammelberufe geben euch einen Bonus. Als Kirschner bekommt ihr mehr Crit, als Bergbauer mehr Ausdauer und als Kräuterkundler eine Selbstheilung. Außerdem sind die Herstellungsberufe vor allem am Anfang des Aerons nicht mehr so relevant, wie sie noch in der Burning Crusade waren, da so gut wie keine besten Slot-Items dadurch hergestellt werden können. Hinzu kommt ein neuer Beruf, die Inschriftenkunde. Dieser erlaubt euch Verstärkungsschriftrollen, wie man sie auch schon aus den vorherigen Addons kennt, oder weitere Gegenstände wie Schmuckstücke oder auch Glyphen herzustellen. Ebenfalls noch erwähnenswert sind die Waffenpergamente, welche es Verzauberern möglich macht, ihre Verzauberungen auf Papier zu bringen und dadurch ganz einfach im Auktionshaus verkaufen zu können. Die Matz für den Beruf bekommt ihr, wenn ihr jeweils 5 Kräuter zermalt. Wie gerade erwähnt gibt es nun die Glyphen. In eurem Talentefenster gibt es dafür einen separaten Reiter. Hier könnt ihr insgesamt 3 erhebliche und 3 geringe Glyphen ausrüsten. Erhebliche Glyphen können eine große und direkte Auswirkung auf eure Fähigkeiten haben. Die meisten erhöhen den Schaden, verringern den Ressourcenverbrauch bzw. die Abklingzeit oder haben einen anderen Vorteil, der die Fähigkeit verbessert. Die geringen Glyphen sind allerdings auch nicht zu verachten. Sie haben zum Großteil weniger Einfluss auf Fähigkeiten und sind eher kosmetischer Natur. Für einen gewissen Betrag, damals waren es 1000 Gold, könnt ihr bei eurem Klassenlehrer den Dual-Spec erlernen. Dadurch ist es euch möglich, eure Skillung samt Glyphen und Action-Bar-Leiste binnen einem Knopfdruck zu ändern. Das ist vermutlich einer der meist erwarteten Feature, welche mit Wrath of the Lich King ins Spiel kommt. Endlich muss man nicht mehr hunderte von Gold ausgeben, wenn man nebenbei noch gerne Arena spielt oder allgemein eine andere Rolle ausüben möchte. Der Dungeon-Finder kommt ins Spiel. Wo ihr in TBC noch via Suche nach Gruppe oder Welt-Chat manuell Spieler finden musstet, so könnt ihr das nun via Knopfdruck machen. Wählt einfach oben eure Rolle oder Rollen aus und schon kann es losgehen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, entweder einen zufälligen Dungeon bzw. heroischen Dungeon zu spielen und dafür auch noch Bonus-Loots sowie Erfahrung zu bekommen oder einen Dungeon eurer Wahl, sollte euch zum Beispiel noch ein spezielles Item fehlen oder ihr aus anderen Gründen eine spezielle Instanz besuchen möchtet. Das Ganze ist allerdings nicht bei jedem Dungeon möglich, da diese vom umstrittenen Gearscore sowie eurem Level gesperrt werden. Ruchvoraussetzungen gibt es nicht mehr. Ist demnach euer Equipment nicht gut genug bzw. euer Level zu niedrig, könnt ihr euch nicht für den Dungeon anmelden. Wenn eure Gruppe vollständig ist, werdet ihr direkt zu eurem Dungeon geportet. Ob das allerdings in genau dieser Form ins Spiel kommt, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Zusätzlich gibt es noch den Schlachtzugsbrowser, welchen ihr über den Reiter Schlachtzug öffnen könnt. Dieser funktioniert ähnlich für der Dungeon-Browser, welcher mit der Burning Crusade eingeführt wurde. Hier könnt ihr entweder als unvollständiger Raid nach Mitspielern suchen oder gehen auch andersrum als einzelner Spieler einem Pack für den Raid eurer Wahl. Mit Wrath of the Lich King kommt auch die Heldenklasse der Todesritter ins Spiel. Diese startet auf Level 55 und wird aller Voraussicht nach von jedem Spieler erstellt werden können, der einen anderen Charakter auf Level 55 hat. Der Todesritter hat drei Talentbäume. Blut, Frost und Unheilig, mit denen er je nach Spezialisierung tanken oder Schaden austeilen kann. Ihr startet eure Karriere in Archerus, der Schwarzen Festung, welche sich nördlich von Thyrshand in einem instanzierten Gebiet befindet. Hier spielt ihr bis ungefähr Level 58 drei Quest-Kapitel als eine Art Tutorial, in dem ihr euch eure Ausrüstung und Talentpunkte verdient. Unter anderem lernt ihr dort auch die eigens für den Todesritter entwickelte Mechanik Runenschmieden kennen, mit der ihr eure Waffen mit verschiedenen Runen versehen könnt. Viel Twinker aufgepasst. Gegen spezielle Abzeichen, welche ihr nur auf Maximalstufe bekommen könnt, gibt es nun die Erbstücke. Diese könnt ihr ganz einfach an euren jeweiligen Twink senden, um das Leveln deutlich zu vereinfachen. Einige Erbstücke geben einen Bonus auf Erfahrungsgewinn bei Quests und dem Töten von Monster. Außerdem skalieren diese nach oben mit. Umso höher euer Level, umso stärker werden die Items. Die Abzeichen, wie das Abzeichen der Gerechtigkeit aus der Burning Crusade, werden in Wrath of the Lich King immer wichtiger. Für diese könnt ihr neben den Erbstücken diverse andere Items eintauschen. Da es davon allerdings Pro-Raid-Tier bzw. phasenweise neue geben wird, kann man leicht den Überblick verlieren. Hierzu könnt ihr allerdings ganz einfach auf euer Charakterfenster klicken und anschließend den Reiter Abzeichen wählen. Diese nehmen keinen Taschenplatz mehr weg. Ein weiteres Fenster, welches mit Klick auf das Schild in der unteren Leiste geöffnet werden kann, ist das Erfolgssystem. Hier könnt ihr diverse Erfolge freischalten. Von PvP und Berufen hin zu Raids und Quests ist für jedermann oder Frau alles dabei. Vor allem die Sammler unter euch dürfte dieses System befriedigen, da ihr eigentlich immer etwas zu tun habt und ganz einfach nachschauen könnt, wann ihr welches Ereignis in Wrath of the Lich King abgeschlossen habt. Die Itemwerte werden teilweise vereinheitlicht. So gibt es anstatt dem Zauberschaden und der Plusheilung nur noch die Zaubermacht. Dadurch habt ihr es zum Beispiel einfacher, wenn ihr einen Hybrid spielt und mit Dual-Spec gerne auch mal Schaden macht bzw. heilt. Die Konkurrenz of Items wird aber deutlich höher, vor allem da auch Hexer und andere Klassen mehr von Willenskraft profitieren. Die kritische und normale Trefferwertung wird ebenfalls zusammengelegt und der Wert Rüstungsignore so verändert, dass dieser als Rüstungsdurchschlagswert gezählt wird und somit deutlich abgeschwächt wird. Das normale Reiten kann nun ab Level 20 und das epische Reiten ab Level 40 gelernt werden, das langsame Fliegen also Skill 225 ab Level 60. Dies wurde zudem von 60% auf 150% erhöht. Wenn ihr in Nordend fliegen möchtet, müsst ihr euch zudem noch das Kaltwetterfliegen für 1000 Gold kaufen. Dies könnt ihr allerdings erst machen, wenn ihr so gut wie auf dem Maximallevel angekommen seid. Früher ging das ab Stufe 77. Die Cast-Zeit wurde zudem von 3 Sekunden auf 1,5 Sekunden halbiert. Zusätzlich werdet ihr nicht mehr abgemountet, wenn ihr durch einen Fluss oder ähnliches lauft. Die Zone 1000 Winter ist ein offenes PvP-Schlachtfeld mit Fahrzeugen, in dem eine Fraktion die Rolle des Verteidigers und die andere die Rolle des Angreifers übernimmt. Ihr werdet dort automatisch von eurem Flugmount abgemountet. Die Gewinnerfraktion nimmt die Festung im Norden ein, schaltet besondere Händler und tägliche Quests sowie einen Raid frei, in der 4 Stunden lang der Boss Achavon auf euch wartet. Später im Spiel werden hier noch weitere Raids freigeschalten. Der Friseur wurde eingeführt. Solltet ihr mit eurem optischen Erscheinungsbild nicht mehr zufrieden sein, könnt ihr hier für einen gewissen Goldbetrag euer Aussehen ändern. Das Ganze ähnelt sehr dem Charakter-Editor, den man aus T'Chara-Erstellung kennt. Zu finden ist der Laden in den Fraktionshauptstädten sowie in Dalaran. Wenn ihr mit eurem Charakter unterwegs seid, der noch nicht die Maximalstufe erreicht hat, bekommt ihr Erfahrung in Schlachtfeldern. PvP-Twings müssen allerdings keine Angst haben, da ihr die Funktion auch ganz einfach in Stormwind oder Orgrimmar für 10 Gold deaktivieren könnt. Außerdem wurde ein Buff eingeführt, welcher ehrenhafter Verteidiger heißt. Diesen bekommt ihr, wenn ihr zum Beispiel eine Base oder Flagge verteidigt. Dadurch erhöht sich die Ähre, die ihr pro Kill erhaltet, um 50%. Außerdem wurden die benötigten Punkte im Auge des Sturms sowie Arati-Becken von 2000 auf 1600 heruntergesetzt. In der Warsong-Schlucht hingegen ein Timer von 20 Minuten eingeführt. Neben zwei neuen Arenen wird das neue 15-gegen-15-Spieler-Schlachtfeld Strand der Uralten eingeführt. In diesen kommen die Angreifer mit Schiffen am Strand an und haben eine gewisse Zeit, die Festung der anderen Fraktion ganz oben auf dem Berg einzunehmen. Dafür stehen ihnen Fahrzeuge zur Verfügung und die Verteidiger versuchen das Ganze abzuwehren. Damit ihnen das gelingt, haben sie Geschütztürme, mit denen sie die Angreifer beschießen können. Anschließend werden die Seiten getauscht. Wer schneller war oder die Festung halten konnte, gewinnt das Match. Als weiteres Schlachtfeld kam in einem späteren Patch die Insel der Eroberung dazu. Diese ähnelt vom Spielmodus dem Alteraktal. Um zu gewinnen, müsst ihr entweder die gegnerischen General töten, welcher sich in seiner Festung befindet, oder es schaffen, dass die gegnerische Fraktion schneller auf 0 Punkte fällt. Punkte verlieren die Gegner, indem ihr die Spieler tötet. Zudem gibt es über die Karte verteilt noch strategisch wichtige Punkte, welche ihr via Tap der Fahne einnehmen könnt. Die Kobaltmine und der Ölbohrturm gewähren euch dabei einen Bonusschaden für eure Belagerungswaffen sowie ein paar wenige Verstärkungspunkte. Die Werkstatt in der Mitte, welche euch besagte Belagerungsfahrzeuge herstellt. Den Hangar, welcher ein Luftschiff eurer Fraktion starten lässt, auf welches ihr aufsteigen und sogar via Fallschirm die gegnerische Burg überfallen könnt. Sowie die Docks, welche euch weitere Belagerungsfahrzeuge bescheren. Diverse Rassenfähigkeiten wurden angepasst oder hinzugefügt. Nachtelfen können sich nun via Schattenmimik während des Kampfes unsichtbar machen und kochendes Blut ist pro Klasse individuell und hat keinen heilungsreduzierenden Effekt mehr. Wir verlinken euch zu dem Thema eine Liste aller neuen Rassenfähigkeiten. Mit Patch 3.2 war es damals endlich soweit, dass Schurken Äxte tragen konnten. Dadurch wird die Auswahl der tödlichen Waffen deutlich größer. Ob das Ganze allerdings schon zum Start der Erweiterung verfügbar sein wird, ist bis jetzt noch unklar. Wenn ihr in einem Dungeon seid, könnt ihr neben Bedarf und Gear noch auf den Entzauberknopf drücken. Das funktioniert allerdings nur, wenn auch ein Verzauberer in eurer Gruppe ist. Von der Gewichtung ist der Entzauberknopf auf demselben Level wie auch Gear. Solltet ihr demnach keiner Bedarf drücken, habt ihr die Chance das Item zu gewinnen und dieses landet direkt entzaubert in eurem Inventar. Ihr könnt je nach Bedarf eure Raid-ID verlängern. Habt ihr zum Beispiel mit eurem Raid nicht alle Bosse legen können, wollt das aber noch nachholen, so könnt ihr eure ID verlängern. Das geht allerdings nur um die volle Reset-Zeit. Hat dein Raid demnach einen Reset von 7 Tagen, kann die ID auch nur um 7 Tage verlängert werden. Ihr geht dazu in euer Schlachtzugsfenster auf Info und anschließend auf ID-Zuweisung. Die Begleiter der Jäger wurden angepasst. Mit Level 20 bekommt der Begleiter seinen ersten Skillpunkt. Alle 4 Level gibt es einen weiteren dazu. Auf Stufe 80 angekommen, hat dieser dann dementsprechend 16 Punkte. Sollte er Tierherrschaft geskillt sein, bekommt er 4 weitere dazu. Jeder Begleiter hat einen von 3 verschiedenen Skillbäumen. Ihr könnt diesen auch wieder kostenlos beim Begleitertrainer verlernen. Mit einem späteren Patch kam dann sogar noch dazu, dass Begleiter 40% der Abhärtung und 100% des Zauberdurchschlags ihres Meisters sowie Trefferwertung und Waffenkunde bekommen. Das Phasing kommt ins Spiel. In Wrath of the Lich King gibt es einige Questreihen, bei denen sich die Welt mit dem Verlauf der Reihe anpasst. Das beste Beispiel ist hier das Todesritter-Startgebiet, welches sich nach und nach verändert, umso weiter man fortschreitet. Das Ganze gibt es auch in diversen Zonen in Nordend, vor allem aber in der Eisgrüne. Das Ganze hat einen positiven Effekt, dass man wirklich das Gefühl bekommt, einen Einfluss auf die Welt zu haben. Allerdings aber auch den riesigen Nachteil, dass man gewisse Freunde nicht mehr in dem jeweiligen Gebiet sieht, welche in der Quest noch nicht so weit fortgeschritten sind. In Wrath of the Lich King gibt es 8 verschiedene Raids, welche vermutlich über 5 Phasen ins Spiel kommen. Dazu natürlich auch noch die Raid-Bosse in 1000 Winter. Angefangen mit Naxxramas, das Auge der Ewigkeit sowie dem Obsidian-Sanktum, dann Uldur, anschließend die Prüfung des Kreuzfahrers und eine Neuaufmachung von Unixia geht es weiter mit der Eiskronen-Zitadelle rund um Arthas und abschließend in der letzten Phase mit dem Rubin-Sanktum. Das Besondere daran ist, dass man ab Wrath of the Lich King die Schlachtzüge in 10 oder 25 Mann absolvieren kann. Dazu kommt noch, dass man ab der Prüfung des Kreuzfahrers den heroischen Modus auswählen kann. Dabei bekommt ihr die beste Beute im 25er heroisch und die schlechteste im 10er normal. Das sind so gesehen dieselben Items, nur mit besseren bzw. schlechteren Werten. Einer der coolsten Features ist zudem noch der Hard-Mode, bei dem ihr mehr Loot sowie meistens einen Erfolg bekommt. Er ersetzt in den ersten Raids die noch nicht verfügbare heroische Version. In Uldur zum Beispiel haben 10 von 14 Bossen einen Hard-Mode. Bei diesem müsst ihr eine spezielle Mechanik beachten bzw. auslösen, um das Ganze zu starten. Bei Mirmiron zum Beispiel drückt ihr einfach nur den roten Knopf an der Wand. Jetzt habt ihr nur noch 10 Minuten Zeit, um den Boss zu besiegen. Zudem wurde sein Leben und sein Schaden deutlich erhöht und er macht deutlich mehr Feuerflächenschaden. Mounts mit mehreren Sitzplätzen kommen ins Spiel. Damit könnt ihr ganz einfach eure Freunde mitnehmen, sodass diese nicht mehr selber laufen müssen. Es gibt sogar Reittiere, bei denen zwei Händler mit an Bord sind. Bei diesen könnt ihr dann reparieren oder Reagenzien kaufen. Die Wappenröcke der Fraktionen haben nun neben ihrem Style echten Nutzen. Sobald ihr den Wappenrock einer bestimmten Fraktion angezogen habt, wird der Ruf durch das Töten von Monster in einem Dungeon erhöht. Dabei ist es egal, in welcher Instanz ihr euch befindet, ihr bekommt Ruf bei der Fraktion des Wappenrocks. Ein super System, um ganz einfach eine spezielle Fraktion zu pushen, ohne dauerhaft denselben langweiligen Dungeon-Farm zu müssen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß im Video TLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.